Mal gucken, ob wir die neue Stadionkarte erwischen, die Nachtkarte, jawoll! Und damit halt oder sei es. Willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Schöne Farben sind das hier. Die Gegner. Weil ich gerade die Trommelschrottflinte im Hauptmüni gesehen habe bei Alibi-Meister, die bekommt da jetzt auch diese Asami. Das ist ein nervige Ding, was verdammt viel Schaden macht. Zwar nicht so viel wie bei Vigil und Togepi, aber Schaden ist Schaden. Du warst das. Du hast hier irgendwas verschickt. Ich verschicke grundsätzlich nichts. Immerhin hat Ubisoft den Fehler vom letzten Jahr mit, nach dem Spielstart ist, der Voice-Chat an, nicht mitgebracht. Wahrscheinlich aus Versehen, bestimmt nicht gewollt. Kommt mit dem nächsten Update. Aber dann für alle Spiele und nicht umkehrbar und auf maximaler Lautstärke. Und nicht änderbar die Lautstärke. Guck mal, die haben Läsionen gebracht. Ja, was für beschissene Gegner, die sperren einfach zwei. Dafür gehören sie umgebracht. Aus wie sich hat es sich gemerkt. War halt schon mal gespielt. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, bloß einmal. Die Information speichert das Spiel offenbar im Arbeitsspeicher. Oder im Spielspeicher, der halt nach den Wänden des Spiels gelöscht wird. Zwischenarbeitsspeicher. Auf der Knopfzelle vom Mainboard. Die Angreifer müssen Bomben lokalisieren und entschärfen. Hier links ist eine Tür. Hier auch. Ah, hier war ich vorhin schon. Ich hab schroren. Ich hab die Garage von... ...das Auto von Dingernis bringen lassen. Bombe von Angreifern lokalisiert. Hinter. Oh, die haben Clash. Und verstärkte Wände. Oh. Angreifer haben eine Bombe lokalisiert. Fragezeichen. Mira haben sie noch Mira. Mira Bohr. Genau in dem Moment. Noch fünf Sekunden. Angreifer rücken vor, um eine Bombe zu entschärfen. Angreifer hat den Entschärfer verloren. Angreifer haben ihren Entschärfer zurückgerührt. Okay. Hab F gehämmert beim Vorbeigehen, aber hab nicht bekommen. Hämmer nochmal. Hämmer, Hämmer, Hämmer. Hämmer wieder. Hämmer, der Hämmermann. Hämmer. Oh. Ist eigentlich besser, da reinzugehen. Hört mir nicht von zwei Seiten angegriffen. Na Clash. Aktiviere Adrenalinschub. Oh ne. Ja genau, die bleibt draußen, aber macht den Scheiß an. Keine Zugungssperren, keine Matten. Keine Ahnung, wie es dir lang geht, ey. Du bist unter uns. Ich weiß. Ich such grad ne Treppe. Die Treppe, wo ich Grabschroh vorhin getroffen hab, wollte ich nicht nehmen, weil da kann man von zwei Seiten angegriffen werden. Oh ne Treppe. Ist das hier ne Kamera? Wie auf Oregon? Nö. Da ist der Oregon-Bereich. Aua, Brianna unten. Am Haupteingang, also da, wo ich gestorben bin. Gelber Ping ist her. Spiel steht. 30 Minuten. Jawoll. Mira weg. Gelber Ping ist jemand. Auf der 3. Läuft zumindest schärfer. Wieder auf der 3. Gelbe 3 Gegner. Grenz zumindest schärfer. Noch 15 Sekunden. Hey, lass mal. Klar, jetzt schieß er plötzlich da ruhig. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Operator, die Zeit ist abgelaufen. Ah, nee. 30 Sekunden. Hier based. Nur 20 Sekunden. VOZ 17 Ja müsst einde. Zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist ein loch links wie viele türen es hier gibt von wo treppe bei mir oder da war keiner kap karmine kap karmine vor die Okay, pass auf. Machst du die da auch an der Tür? Ne, nächste Tür, nächste Tür. Da war nix. Da war nix. Ah, da kommt noch was an. Oh, komm, die Mine musste da erwischen. Nein, die auch nicht. Die ist ihm doch zu Frustbild gerannt, oder? Ja, mit Brücken. Oh. Heilerlich. Ist der gleiche? Okay. Der schämt sich, wenn er überhaupt nicht getroffen hat. Guck, ist er auf dessen Platz frei. Hier ist immer noch ein Platz frei. Immer noch? Wie man nur bei zwei Operatoren sieht, was die für Waffen haben. Weil der fünfte ist nicht und zwei haben dieses besondere Outfit hier. Wir sind bis zu viert. Toll. Irgendwie sind die Gegner mal oben bei dem 2022er Start. Okay, unten. Erstmal nicht jetzt unten. Ist der markante Pistole, aber ich erkenn die nicht. Schade. Ja, das war auch nicht. Ist irgendwo ne Durchfahrt. Wieso? Ich guck dir zu. Der hat mich verfolgt. Der hat mich verfolgt. Die hat auch nicht... Brenner haben sie noch. Da ist sie ja schon wieder. Kapkan. Den haben wir schon. Keine Ahnung, wo die Drohne ist. Ich hoffe, sie ist sicher. Prägt mir bloß nichts, wenn ich sie nicht mehr einsatmen kann. Oh Gott, er ist hier. Okay, wo ist denn der Eingang? Da. Packier ich mir mal. Bombenentschärfer, der Angreifer wurde fallen gelassen. Geht bestimmt gleich raus. Angreifer haben den Bombenentschärfer zurückgeholt. Geht bestimmt gleich raus. Ach. Angreifer. Ah. Mann. Oh, da waren zwei. Weil er erwischt. Warum wird denn jemand falsch... Was ist denn heute los? Eins, zwei. Hast du schon ne Kapkan, Mina? Nein. Kameran. Oh, Scheiße. Okay. Noch ein verbleibender Verteidiger. Das Bombenentschärfungsgerät wurde zurückgeholt. Ach, das war ein Schatten. Ich wollte schon dahin pingen. Ping mal. Ping, ping. Garnate fliegt auf den Stunneldraht. Bombombe in Ruhe. Oh, ja, sprechen wir 나중에 hurt. Aber represent Measure selbstelli bun ante düstern. Hörelle. Und das war nicht schon ein Takarat. IchШke account erων hat ger clinicianen. SpannenderЕНterimmhemen. Also, normalerweise ist es ein Elizabdasein. Vpletten. Ingen 상 kat in Ruhe. Du spannest. Maarten läuft jetzt hin kunt noch憑gan auf shifts. H élect antenat. Angreifer haben den Entschärfer platziert. Jetzt löst er die erst aus, was? Jetzt guckt die Kamera. Die hat den Entschärfer hoffentlich im Blick, oder so weit weg, wie die ist. Sehr schön. Was war noch zu? Was war noch zu? Die Angreifer müssen Bomben lokalisieren und entschärfen. Angreifer haben eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden übrig. Bankverstärkung angebracht! Es bleiben noch fünf Sekunden. Angreifer rücken vor, um eine Bombe zu entschärfen. Ja, was ist das? Das ist ja voll Oregon hier hinten. Oh, oh. Nein! So weit weg! Ernsthaft? Das waren zwei Meter vom Fenster weg. Die haut mich um. Stand am anderen Ende des Türraums. Ja, Huni haben sie übrigens. Ja, mal hoch. Weiß das Symbol nicht gesehen hast. Volkans einsatzbereit. Volkans einsatzbereit. Zehn Meter. Drei Meter ständig weit weg, ey. Also einer ist hier, ein gelber Ping, weitergeflitzt den Gang entlang. Ich lade jetzt nach! Rechts am Fenster steht gerade niemand. Zeit für eine Planänderung. Eine Bombe wurde lokalisiert. Nur noch ein Feind übrig. Du bist zumindest dem Hammermann auf der Spur, weil den habe ich da identifiziert. Nein! Was? Nein! Nein! Hahahaha, gibt's da nur. Use Inside NA. Entschärfer von Angreifern platziert. So, was? Warum? Hört auf zu schießen! Die Verteidiger haben den Entschärfer entdeckt. Angreifer schützt ihn. Warum ballert der denn so sinnlos durch die Gegend, ey? Wenn die Amaro bis zu drei Meter in den Raum reinfliegen kann durch ein Fenster, frage ich mich, wie die Willkommensmatten mitnehmen kann, weil die Dinger sind nicht gut. Wenn nicht drei Meter tief. Ja, die Füße sind ja weiter schwimmensicher, aber die treffen ja auch die Matte, oder landen die mit ihrem Hintern auf dem Boden? Naja, aber die streckt ja die Beine vor und dann, wenn sie landet und so am Fenster. Dann schwingt sie sich aber ganz schön weit rein, wenn sie schon drei Meter ins Gebäude kommt. Die Anleitungsbomben lokalisieren und entschärfen. Dann müssen wir das mal testen. Schreckling eingesetzt. Laserschranke in Position. Kona bereit zum Heilen. Bombe von Angreifern lokalisiert. Zehn Sekunden noch bis zum Einsatz. Hm, Käfer. Angreifer haben die Position einer Bombe entdeckt. Noch fünf Sekunden. Noch eine Drohne. Hier geht's aber ab. Ziel der Angreifer ist das Entschärfen einer Bombe. Wo geh ich denn jetzt hin? Das Fenster ist aber ungünstig. Oh, hier sind auch Fenster. Weiß schon, warum ich gerade vorher eigentlich nicht spielen will. Ich will die Karte mal kennenlernen. Station in Position. Ja. Die so. 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 ich brauche jetzt eine treppe nein jetzt fahre ich in die scheiß luke hast du schon eine treppe gefunden ja hier bei mir okay wo es tapst was bei uns so blöd wo ist denn der so pappe pappe so ist ganz weit aus diese kack luke es ist so ein konzern jetzt kommt bei mir eine anzeige das server einfach mal so jetzt dafür kam dieser twitch spaß noch nicht vorbei kann man freitag streben die nicht jeden tag irgendwas muss man das so als streamer machen wenn man fleißig zuschauer gewinnen will habe ich mal gelesen das war doch bloß hier die die sport die einladung ich wollte sagen ich glaube ich werde mal meinen fünften angreifer bestimmen für der zufall will ist so und es wird gewürfelt und es wird wird gewürfelt weil alle vier schon besetzt sind warum ausgerechnet bei sie der so recht ähnlich ist mit ihrem geschosswerfer und hat auch springnadung deswegen die die ist sozusagen so in klein die leitversion und wer so groß die so natürlich so ist mittel wir müssen eine bombe auf kann das ist auf jeden fall war auch nie käfer ich glaube ich die letzte karte mit überkreuzt nein bombe gefunden gelangt zu ihrer position und entschärft sie ein mini visier ach wusste ich doch ein bisschen wenig schuss für konsulat ich gehe ich den besuchen da ist gerade jemand da ist auch schon offen jetzt habe ich nichts mehr hätte ich mal eher sterben können mozzi am balkon rekrut war glaube ich der letzte tut magazin leer Oh, fünf ab, die Kacke. Los, schmeiß ne Splitter. Jana. Mann, diese scheiß Kack-Holzer. Und bloß Hologramm reinlassen. Stimmt. Ja, und ihr habt natürlich nichts vor, den Druck neutralisiert. Wir sind ja schon wieder noch zu viert. Ich weiß, aber einmal reicht er da, damit sie in der Liste auftaucht. Zeitlich dürfte sie zwar noch hinter Kali sein, aber sie ist Nummer 5, von sie lebt. Nummer 5 ist schon tot. Nummer 5 stirbt nie. Wenn die Batterie alle ist. Da gibt es Windkraft. Eine Mikrowelle. Eure Tore hat eine Bombe gefunden. Schöne unten. So, mit dem Schimmozzi sinkt, gehe ich hier weg. Eine Mikrowelle. Na, und spring rein. Eine Mikrowelle in der Mikrowelle. Hmm, Jäger. Ja, den habe ich identifiziert, aber nicht mag hier. Jetzt kommt immer noch die Aroni Nummer 3. Das ist auch so ein Quatsch, dass derjenige nicht dauerhaft identifiziert wird, wenn er rausrennt. Der unidentifizierte bisher. Oben ist hier jemand. Konsubro. Oh, nö. Ich wollte den Entschärfer. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn das mit denen? Ja, schon wieder bloß so ein Stück, Alter. Wo ist der denn genau? Ach, da hinten noch. Das ist doch... Entschärfer wurde zurückgeholt. Der wusste, dass ich wieder da bin. Was ist denn das? Nein! Hat sich hinterm Tresen... Scheiße, hinterm Tresen versteckt. Eigener Trupp wurde eliminiert. Verteidiger und Angreifung ist klar, Obishaft. Alter, dieser blöde Fehler. Was am Ende des Videos zu sehen war. Dass du vorhin geguckt hast. Oh, doch. Ich nix gucke, kein Video. Was guckst du? Nicht Video. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Ganz sicher! Wieso, was guckst du, Moderator? Der Kairanan, oder wie da heißt es so ähnlich. Der spielt jetzt selbst Computerspiele und streamt dabei. Scheiße, ich glaube, die Lücke ist offen. Mit Gronkhun. So hat er auch auf dem Zoom. Es bleiben noch 10 Sekunden. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. 15 Sekunden, oder? Jetzt hab ich mal geguckt, was der mittlerweile macht, seitdem er die Sendung nicht mehr hat. Und dann stand denn der im Stream Spiele. Aach, Mann! Sag doch, was ist denn das? hallo klappt jemand ach doch einer dass das fenster da offen ist verdammt noch mal versuchte matte kaputt die sau noch darf es jetzt die es runter plumpst spritzmann geht schon hin oder so ähnlich spritzmann will nicht hin jetzt kommt da jemand doch kälber huni ach so die ist verletzt gerade noch so blöd verzogen eine bombe lokalisiert er muss das mit der pistole nur noch ein gegner da 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 ein bisschen beim b-bombenraum jetzt hat ein schärfers denn das ist gut beide da 15 sekunden gegner eliminiert missionserfolg für eigenen truppen aber kreuz archiv ist ja toll aber kreuz schwierig jetzt sind wir zu fünfen die nur zu viert schau ja ich 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 weil ich 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 einfach ich 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 Wand verstärkt! Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entscharfen wollen. Okay, gehts ja gleich richtig los. Noch um Blauer geht. Nee, ein Roter. Nee. Da oben rum ist es auch. Nicht in den Explosionsradius kommen. Wechsle Magazine! Nein! Ach komm! Nock. Nock ist oben. Keiner von uns im Raum. Oh Mann. Ich kann jetzt auch nicht meinen Raum verlassen. Okay, die sind da schon. Achtung, die Gegner haben eine Woche lokalisiert. Ja. Ha, Alter, ist das so. Hoops. Aber nicht Nock. Träger aufgehalten. Das reicht erstmal. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Es ist nicht gut, dass mehr und mehr das LMG spielen. Da kommt Ubisoft irgendwann auf den Trichter, das zu verändern. Mh. 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 Ah. Oh oh die Nock. Mh. 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 eigener truppe eliminiert mission gescheitert das loch raucht das loch raucht Untertitelung des ZDF, 2020 Nach den Ubisoft Statistiken habe ich die Sau seit Oktober 33 Stunden gespielt, Termit 12,5 Stunden, Fuse 4 Stunden und Kali 3 Minuten. Du hast Kali gespielt? Ja, das war Clubhouse mal einfach so gewollt. Das ist auch nicht verkehrt. Mit der Lanze kann man schön Schilder, so praktisch wie mit der Sau, Kram wegmachen. Panzerplatten, Schilder, nämlich die Gerätschaften. Ich finde auch das Scharfschützengewehrkur, aber das ist halt doch nochmal eine ganz andere Liga als so ein LMG. Ok, Kali hat auch Springladung und ich finde die Kali schon ziemlich gut. Aber die Sau ist halt zu gut. Jetzt krümel ich die Aroni voll. Zählt noch alle drei Lucken zu. Der留ge ist halt zu gut. Ja, das ist halt zu gut. Dann bin ich die Klammerflotte. Töpfst. Da hätte ich die Klammerflotte. Ich bin die Klammerflotte. wie keine manche mehr mit enormen die aufgefuttert das sind schon drei ja kali 49 ap von 125 kamera frau hat neu er ist auch noch was eine ecke schon kacke oder emp man kurz überlegt dann doch unten rein zu hauen die pappe aber ist der schuss von karlika da waren doch drinnen hallo komm gehen die matte ja renn jetzt rechts jetzt sehe ich das nicht wie er rein rennt razorbloom hat die kamera zerstört verbleibende operator des eigenen trupps was macht denn der operator gefallen dj mini das dreieck im visier da gerade so komisch aussah so zu aussetzen es doppelt mehr leicht verschoben gar nicht drauf geachtet das ist Die Bomben schützt. Los, 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 los. Ja, doch nicht getroffen. Man, du triffst auch gar nichts. Mit der Schrautflinte. Ja, voll drauf gezielt, aber nö. Ist der Schraut wahrscheinlich genau um den Geldpunkt herum. Gern, wo man wird. Du Schot treffen. Doofer Schot. Du hast die Runde alles zu. Fast. Jetzt alle drei Lücken. Es bleiben fünf Sekunden. Verstärke die Wand. Schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch den Gegner. Wacheldraht verlegt. Achtung, Wessel Razorpload. Jetzt können sie kommen. Kona Station bereit. Suria-Schwanker eingesetzt. Hör auf. Das Spiel steht zum dritten Mal. Schon für drei Sekunden. Ah. Zeit los. Ich lade nach. Glästern sie wieder ab. Lade nach. Oh Gott. Die Laserschranke ist ungünstig. Die Laserschranke gefährdet mir überhaupt nicht. Kann ich so schlecht durchgucken. Oh Mann, ich wollte zur Kona Laser. Was war man in der Gepäckgeschichte hinten? Frachtraum meine ich. Frachtraum. Einer ist nach Küche. Ah, ist bei der Küche im Gang. Geht zum Heck. Könntet ihr also entgegenkommen. Gucken sie mir gesagt zu. Entweder kommt da nochmal Küche vorbein. Oder bei dir. GK eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Das ist ja fies. Mhm. Das ist wie mit solchen kleinen Löchern in der Pappwand. Da wurde ich auch schon so oft durch umgebracht, ey. Ich bisher noch gar nicht, aber es ist echt eine gute Position um die Treppe. um die Treppe im Blick zu behalten. Ja, die können halt links, rechts, rechts dran vorbeilaufen. Na, wenn sie schnell unterwegs sind, hast du keine Chance. Aber wenn sie so rumschleichen wie das hier, dann... Ja, aber der kam ja die Treppe ungesehen runter. Ich hab ihn bloß gehört. Das ist das Problem. Wir müssen eine Bombe aufschliere. Nicht keiner. Das ist darüber laut. Okay. Cockpit drunter, also Besprechungsraum. Und... Aua! Oh, drunter lebt noch. Der andere ist, glaub ich, geplatzt bei mir. Ich hab die Wand unten aufgemacht, im Gang. Guck mir doch zu. Jetzt guck ich woanders. Ah, die sind da draußen. Stacheldraht. Glaub, da würde noch ein AVS platziert. Der Goyo am Heck. Wird natürlich nicht identifiziert, obwohl er zu uns kommt. Er kommt runter, das ist ja nett. Mal gehen wir wieder hoch. Der hört mich bestimmt wie hier an, Trampel. Ja, jetzt geht er wieder rein. Schuft. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Oh, hier wird es immer noch hinten. Hm. Da krieg ich jetzt nicht wieder raus. Hocker, ich mach mal die Wand auf. Müsste in Deckung gehen. Gleich knallt's nämlich. Wieso blendet mich das durch die Wand? Och, was war das denn? Rechts neben der Bombe hockt jemand. Ist das Ding in der Bombe hängen geblieben? Ich repelziere mich. Im Gang ist jemand neben der Treppe. Jetzt hast du dich schon gebraucht. Was macht denn der Trottel, ey? Eine Frage der Zeit. So wie die da immer vorgestoßen hat. Warum dachte ich, der wäre vorgegangen und nach links rüber? Ja, das war das Hologramm. Teuchend echt, ne? Ne, ich hab nicht auf das Hologramm. Die Geräusche. Oh, man. 15 Sekunden. Jetzt muss ich's durchziehen. 10 Sekunden. Entschärfer ist online und aktiviert. Der Entschärfer wurde deaktiviert. Mission fehlgeschlagen. 3 Sekunden. 4 Sekunden. Ich hab jetzt den Hologramm. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Eure Drohne hat eine Bombe geholfen. Ich habe gerade nicht daran gedacht, wo die Bombe dort unten im Gepäckraum steht. Da habe ich mich gerne mal neben die Bombe gelegt, um auf die Treppe zu gucken. Wo soll die sonst sein? Sollen sie schweben oder? Nee, in der Mitte. Aber da lege ich noch mal die Matten in. Oben läuft einer, oben läuft einer, oben läuft einer. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Sehr viel fliegt. Wie kurz. Und stort. Ist doch Kapkamin entfernt. Nochmal einen Gang auf. Zeit wird das Krach. Da ist ja auch noch zu. Oh, da ist Spiegel. Au. Kann ich so viel abbezogen. Oh nein, es kommt rum. Hä? Wie ist es denn da lang? Es war doch... Hat es den aufgemacht durchgekrabbelt? Hat ja keiner den Gang in Blankstuhl? Maja! Warum machst du das? Hast du das doch nicht gesehen? Damals. Nee, ich war da nicht im Gang. Ich war in dem mir aufgemachten Gang. Ach, was macht denn Nome? Oh, nein. Oh. 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 Ah! Oh. Oh-Oh. 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 Oh-oh-oh. 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 Okay, cool. Wechseln zum Gemini. Feindlicher Eingriff! Rauchgranate draußen. Ja, eine Granate. Entschärfer wurde zurückgeholt. Was für uns ne Mathe? Ich würde einfach mal durchbüllen durch die... So, der hat es geklopft. Der sah so niedrig aus, der Schlag. Was ist denn heute? Ich habe mit der Sprengung gezögert, weil ich da was in der Bucht gehört habe. Ja, da war jemand drin, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass die da durchflitzen kann durch die Erste-Hilfe-Station. Hätte ich doch mal eher gezündet. Ich wollte ja zünden und dann schnell hinten wieder raus, aber das mit der Bucht, dem Geräusch da, das war mir nicht ganz geheuer. Und es ging schief, das Warten, Mist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.